Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch die Neuheit 2019, 2020 und zwar die Vogelschreck Singleshots. Ich nenne sie jetzt einfach mal Singleshots, das sind 6 Bodenluftböller mit heftigen Blitzschlag und grellem Silberschweif. Ich würde sagen, ich mache die Packung einmal auf und dann zeige ich euch mal so einen Teil. Im Vergleich zu einem Flashbang tut sich da nicht viel außer der Standfuß, von der Größe her eigentlich gleich. Wir haben hier eine NEM von 1,9 Gramm und ja Leute, sieht ganz vielversprechend aus das Teil und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Test. So Leute, jetzt Vogelschreck Doppelschlag, der erste. Richtig geil, machen wir 2 auf einmal. Und dann einmal die letzten 3. Ah, doch nur 2. Und den letzten. Richtig nice. und referen. Deswegen kann ich immer wiederholen. Ich Ochere Frau da. Ich weiß noch kein Problem.